Drei Mario Kart 8 Abkürzungen, mit denen du deine Freunde komplett hops nimmst. Platz Nummer 3 ist auf der Vulkan-Call-Map und zwar tauchte in der letzten Runde diese kleine Rampe hier auf, die man mit ein wenig Übung auch mit Driften erreichen kann und nicht nur mit einem Pilz. Und besonders wenn man gerade so ganz knapp hinten liegt, kann diese Abkürzung deine Freunde zum Ausrasten bringen. Und das wollen wir doch alle. Platz Nummer 2 ist schon ein wenig schwerer zu nehmen und zwar liegt die bei Mute City kurz vorm Ende der Runde. Aber die ist meiner Meinung nach dafür echt strong, weil man noch so lange in der Luft gleiten kann und auch über diese letzte Unebenheit hier kommt. Und vor allem ist die mega versteckt, also ich glaube sehr viele Leute kennen die gar nicht. Und Platz Nummer 1 ist ein wenig bekannter, nämlich die Abkürzung auf der Polarkreis-Map. Und wie man sehen kann, ist die gar nicht mal so schwer zu nehmen, besonders wenn man bei dem zweiten Teil auch einzeln nehmen kann und die ist ja mal gar keine Herausforderung. Aber trotzdem fahren die irgendwie echt wenige. Und by the way, ich hab so gehört, dass alle meine Follower im nächsten Spiel einen Blitz bekommen werden. Also geht lieber auf Nummer sicher.